Super schicke 3,5 Zimmer Hochfahrtsherrwohnung, Erstbezug nach vollen Kernsanierungen. Das halbe Zimmer als Garderobbereich, Bürobereich. Wie gesagt, dreieinhalb Zimmer, halbe Zimmer hier, ist auch super hell. Jetzt sind wir erstmal gleich im Wohnbereich, Wohnbereich als Durchgangszimmer. Zum zweiten Schlafzimmer, aber super hell Wohnungen. Jetzt kommt gerade die Sonne raus, na wunderbar. Wir haben einen wunderschönen Erbsttag. Super hell Wohnungen. Schöne dreieinhalb Zimmer, zwei Schlafzimmer, Wannenbad, Erstbezug nach vollen Kernsanierungen. Einbahnstraße, Ruhe-Seitenstraße. Und jetzt gleich zum kleineren Schlafzimmer. Hinter dem Wohnzimmer natürlich hier auch gespachtelte Wände. Neue Elektrik, überall Fernsehdosen, genügend Steckdosen. Hier ist ein kleiner Schlafzimmer, wir haben halt nur 70 Quadratmeter. Schönen Blickfenster seitlich in Schlafzimmern. Gleich gegenüber einem Bäcker, einem Rewe. Genügend Einkaufsmöglichkeiten. Straßenbahn vor Ort. Steindruck am Bus vor Ort. Jetzt den Blick ins Wohnzimmer. Aus dem Schlafzimmer raus. Super helle Wohnungen. Auch wenn jetzt gerade mal keine Sonne reinkommt. Hier haben wir morgens die Sonne. Aus dem Schlafzimmer. Schickes, großes Wohnzimmer. Als Durchgangszimmer zum Schlafzimmer. Da kommen wir raus wieder hin. Halte Zimmer. Ankleide, Bürobereich. Garderobe. Gefließt. Das auch als Durchgangszimmer zur Wohnküche. Und zum Back zeige ich Ihnen gleich noch. Dann haben wir hier das zweite Schlafzimmer. Bei zwei kleine Schlafzimmer. Mehr geht bei 70 Quadratmeter halb nicht. Wegfensterseitig. 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 Aber super hell. Gespachtelte Wände. Erstbezug nach vollen Kernsanierung. Es macht schon Spaß in der Wohnung. Aber wenn der als Arster einzieht. Es macht Spaß in der Wohnung. Erstbezug nach vollen Kernsanierung. Es macht Spaß in der Wohnung. Dann kommen wir zurück. Zum halben Zimmer. Dielen, Garderoben Bereich. Arbeitsbereich. Als Durchgangszimmer. Zur Wohnküche. Gliesenspiegel. Eherd, Gasherd, Anschluss. Alles vorhanden. Mit Fenstern natürlich. Küche gefließt. Hose fließen natürlich. Küche gefließt. Hose fließen natürlich. Schönen Fließspielen. Schönen Fließspielen. Und jetzt weiter. In den Vorbereich. Vom Wannenbad. Dann haben wir hier das neue Wannenbad. Mit Vorhänger-WC. Mit Ablage. Mit Vorhänger-WC. Vorhänger-WC mit Ablage. Einmal ein schöner Blick. Von der Tür aus gesehen. Dann geht's zurück. In den Vorbereich. Platz von Schränkchen hier. Und jetzt geht's zurück. In die Wohnküche. Geht zum ruhigen Hof. Und dann geht's zurück. Und dann geht's zurück. Zum Haldenzimmer. Ankleidezimmer. Kleines Büro. Als Durchgangszimmer. Das Halden. Richtung Ausgang. Da sind wir durch. Eineinhalbzimmerwohnung. Im Hof war es ja auch schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Einen schönen Tag. Einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.